welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren folge wac7 es geht rein in rallye deutschland ich muss noch mal gucken wo bin ich da in der meisterschaft wow ich bin am arsch aber im besten fall wird jetzt ja der erste platz rausgehauen wie kein anderer rallye deutschland kenne ich aufgrund der junior wac die wir gefahren sind hier in deutschland in wac7 deshalb sollte eigentlich alles jetzt recht knackig funktionieren warte mal wir fahren knapp zehn kilometer und die epic stage die ganz lange stage ist 13 kilometer lang ist ja wow das wird wird langes deutschland werden aber ich glaube das sollte alles in einem video passen von daher leute wegen rein mit den harten reifen geht es rein in den ersten sieg und da wir auch jetzt aber die kilometer zahlen sich vieles ist glaube ich zeit da dass man sich an das auto jetzt wirklich mal gewöhnt so ich habe noch mal neu gestartet hatte nach 20 metern reichen weil ich ein bisschen gekauft habe wo man nicht hatten wir sollen noch wunderschön gesagt warum kommen wir nicht an jedoch und dann nicht später Was? Mach mal Lichtern. Affront. Ich konnte die Rally Deutschland verkacken in der Junior WRC. Das ist ein absoluter Slack. Kurz. Sliden. Über Kuppe. Rechts 3. Lang. Beengt sich. 30. Links 4. Kurz. 30. Rechts halten. Links 3. Beengt sich. 2. Kurz. 40. 50. Wie konnte ich in der Junior WRC hier Quatsch machen? Beengt sich. Rechts 4. Nicht schneiden. Beengt sich 3. Und öffnet sich. Lang. 50. 50. Vollbrennung. Links abbiegen. Schneiden. Ehen. Bergab. 50. Links abbiegen. Nicht schneiden. 30. Spitz rechts. Kurz. 100. 100. I don't get it. Wie konnte ich hier so viel Quatsch machen, der Junior WRC. Rechts 6. Kurz. In Kuppe. 30. Linke Schikane. 30. Spitz rechts. 50. Links rechts. Kurz. Über Kuppe. Links 4. Kurz. In Vollbremsung. Rechts 5. Rechts 4. Abzweigung. Beengung. 50. Oh, was ne schnucklige Abzweigung. Achtung. Vollbremsung hieß es. Abzweigung. In links 3. 50. Rechts 4. Innen halten. 40. Spitz links. 120. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie ist das denn jetzt möglich? Links 4. Schneiden. Rechts 1. Kurz. Rechts 5. 60. 30. Links abbiegen. Nicht schneiden. 50. Cutting. Nicht schneiden. 100. Bergab. Links 6. Kurz. 80. Links 5. Kurz. Beengung. 80. Abzweigung. Spitz rechts. 30. Links 5. Kurz. 30. Spitz rechts. In links 5. Kurz. 40. Rechts 4. Nicht schneiden. Links 5. Verengt sich 4. Sehr lang. Vollbremsung. In Harnadel rechts. 40. In Harnadel rechts. 40. Und rechts 6. 30. Ah, bisschen schlecht die Harnadel genommen. 2. Lang. Gehen. Abzweigung. Nicht schneiden. Und Spitz links. In Spitz rechts. Nicht schneiden. Verlegen. Spitz links. Rechts 4. Kurz. Nicht schneiden. 40. Links 5. Bang. Sicht 3. Kurz. Link schneiden. Rechts 4. Schneiden. In links 5. Schneiden. Und geschafft. Yeah. Ja. Wenn die Calls rechtzeitig kommen und die Calls sogar richtig sind. Bang. Trotz einmal groben Schnitzer. 4 Sekunden. Wie konnte ich in der Junior WC es hier verbocken? Wahrscheinlich durch Asphalt und Frontantriebler. Das hat mich in der WC nämlich gebrochen. Unser Pontius Pilatus sogar auf der 3. Beim Namen Pontius auch ein bisschen Stimmbruch gekriegt. Aber kein Problem. Es geht heiter weiter. Äh. Freisen. West. Westrich. Westrich. Wie man es aussprechen mag. Aber wir sind Deutschland. Wahrscheinlich. Westrich. Bang. Bang. Ich glaube, die Harnreifen sind es bei mir aber auch komplett, oder? Bind ich doof. Bin ich doof? Ich war ja richtig braindead. Heieiei. Hupsi. Wie kann ein Mensch nur so braindead sein? 30. Rechts hin. I don't get it. Links 4. 60. Links 4. Kurz. Links 3. Innen halten. Rechts 4. Licht schneiden. In links 4. Überkuppe. 30. Achtung. Vollbrettung. In Abzweigung. Auf der Nadel rechts. Schneiden. Links 5. Nicht schneiden. 80. Links 4. 60. Innen halten. Spitz rechts. 30. Spitz links. 40. Bremse. Auf der Nadel links. 60. 60. Oh ja, das ist ja entspannt die Einadel. Abzweigung. Farbe Einadel rechts. Nicht schneiden. 60. Oh, zu früh aufgemacht die Lenkung. Ich bin Eindricks. 80. Rechts 5. Innen halten. Und links 4. Kurz. Öffnet sich. Und links 3. Kurz. Und rechts 3. Beengt sich. 30. Achtung. Abzweigung. Links abbiegen. Öffnet sich. Beengung. 80. Rechts 3. Kurz. In Abzweigung. Links abbiegen. Und spitz rechts. 80. Links 3. Kurz. Licht schneiden. 30. Und links 4. In rechts 5. Beengt sich. Innen halten. Links 4. Sehr lang. Innen halten. 30. Rechts 5. Licht schneiden. 30. Vollbremsung. Abzweigung. Rechts abbiegen. 30. Vollbremsung. Beengt. Oh Gott. In links 5. Links 5. Rechts 3. Beengt sich. In links 3. Kurz. 30. In links 3. Nicht schneiden. 30. Bisschen zu langsam mit den Dreierkurven gerade. In Spitz links. Oh Gott. Ich hätte das nicht schneiden sollen. Dicker Stein. Aber auch. Na ja. Gut runter gebremst für die Zweierkurve. Vollbremsung. Zaufer ein Nadel rechts. Nicht schneiden. 30. Achtung. Bremse. Abzweigung. Links 1. Land. Licht schneiden. Und rechts 5. Beengt sich. In links 5. 200. Achtung. Links 3. Kurz. Rechts 3. Kurz. Rechts 4. Innen halten. Links 2. Kurz. Rechts 3. Überkuppe. Öffnet sich. In Spitz links. Innen halten. Rechts 4. Kurz. 30. In Spitz links. Und Spitz rechts. In Spitz links. Achtung. Achtung. Vollbremsung. Na ja. Gut. Der ist sehr stark gebremst worden. Rechts 4. Kurz. Links 5. 50. Achtung. Vollbremsung. Und Anadel rechts. Öffnet sich. 30. Cutting. 10 Sekunden Anlass eingebracht. Und links 2. Kurz. Achtung. Überkuppe. Links abbiegen. Nicht schneiden. Hinten halten. Hinten halten. Links 4. Und rechts 3. Kurz. In links 6. Nooo. Oh Gott. Elendig. Links 4. Kurz. 30. Vollbremsung. Abwege. Haarnadel rechts. Nicht schneiden. Breiter. 80. Scheiß, die war da. Bisschen zu weit in, bisschen zu weit in, ja, 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 zu früh eingelenkt. E-Rex-Step, oh Gott, legt es nicht lang. Gut abgebremst für die Hardcore-Links. Alles einfach geplant. In Spitz links, 40. Ah, viel schneller hätte ich das nehmen können. Komm, jetzt kommen wir noch mal, noch mal ein kleiner Push. Kurz, Rente und links abbiegen, nicht schneiden, Verengung. In Spitz rechts, verengt sich vier, kurz, in der Hals. In links vier, kurz, rechts vier, öffnet sich in Abtreibung. Und links, Black, 30, rechts fünf, innen halten. In links fünf, nicht schneiden. 30, Spitz rechts, in Abtreibung, links abbiegen, fünf. Abtreibung, links abbiegen, über Bodenwellen, innen halten, 80. Rechts drei, Beengung, in links drei. Rechts drei, innen halten, öffnet sich, in links fünf. 30, Abtreibung, rechts abbiegen, 40. Und Abtreibung, rechts abbiegen, 50. Links drei, Spitz rechts, 100. Achtung! Oh Mann, Deutschland, ich kann nicht doch. Links fünf, kurz, Verengung, in rechts fünf, 30. Vorbereibung, Abtreibung, links abbiegen, 50. Abtreibung, links abbiegen, 150. Abtreibung, rechts abbiegen, öffnet sich in links zwei, verengt sich. Links abbiegen, dicht schneiden, Verengung, 100. Hardcore-Cutting. Links drei, schneiden, Bremse, in Abtreibung, rechts abbiegen, 100. Oh, so kann ich das jetzt weitergehen. Dann haue ich hier fünf, ja, zehn Sekunden raus. Rechts drei, Abtreibung, rechts abbiegen, Beengung, schneiden, 100. Oh Gott, viel zu elendig reingebremst. Öffnet sich, letzten 800 Meter. Rechts vier, über Bodenwelle, nicht schneiden. Abtreibung, links sechs, Bremse, rechts drei, Beengt sich, keine Außen, 30. Rechts vier, kurz, Beengt sich, links drei, 30. In Achtung, links drei, kurz, rechts drei, lang, Beengt sich, und... Links drei, kurz, es hieß doch, links drei, kurz, es hieß, links drei, kurz. Oh, scheiße. Es hieß doch, links drei, kurz. Es hieß doch, links drei, kurz. Fuck off. Oh, immer noch erster. Yeah, ja. Dann geht's jetzt rein in den absoluten Snack. Oh, in der Nacht. Aber Panzerplatte ist einfach nur, ähm, deutsches Bakuland. Nur 90 Grad Kurven, also Formel 1 Bakustrecke. 30, links abbiegen, nicht schneiden. In Abschweigung, links abbiegen, nicht schneiden. Schrafer Haarnadel rechts, nicht schneiden. 120. Achtung, Abschweigung, links abbiegen, nicht schneiden. In Abschweigung, rechts abbiegen, nicht schneiden. Beengung, 100. Abschweigung, rechts drei, kurz, keine innen. Und Abschweigung, links vier, nicht schneiden. Spitz rechts, 100. Abschweigung, links vier, innen halten. 40, Abschweigung, rechts abbiegen, nicht schneiden. Öffnet sich in Abschweigung. Abschweigung, rechts drei, nicht schneiden. Innen halten. Und Abschweigung, schrafer Haarnadel links, nicht schneiden. 30, und Abschweigung, links vier, kurz. Ja, ja. 200, Achtung, Vollbremsung, Abschweigung, links abbiegen, nicht schneiden. 90, Achtung, Bremse. Abschweigung, links abbiegen, nicht schneiden. 30, links sechs, öffnet sich. Und Kuppe, mittig halten, in Abschweigung. 100, Kuppe, mittig halten, 40. Links fünf, rechts vier, kurz, bergauf, in links fünf, über Kuppe, 40. Achtung, Bremse, linke Schikane, 30. Abschweigung, rechts drei, kurz, Schild innen, 30. Abschweigung, links drei, nicht schneiden. 60, Abschweigung, links abbiegen, nicht schneiden. Und Abschweigung, rechts abbiegen, nicht schneiden. 30, rechts sechs, in, geschafft. Ja, wenn sie gerade kommen, kann ich viel schneller nehmen. Aber ich glaube, das war eine solide Leistung. Ja, 1,7 Sekunden, das war eine sehr solide Leistung. Obwohl ich insgesamt gehofft habe, dass es noch ein bisschen viel besser wird. Aber man kann ja nicht alles haben. Oh man, zwei Sekunden. Ich bin echt erleichtert, das sagen zu dürfen. Aber wir kämpfen um den Gesamtsieg der Rallye Deutschland. Heiliger Makrele. Ja, das wird morgen im besten Fall. Weil, naja, die Stages bleiben ja gleich. Wird es gleich geil weiterlaufen. Von daher, ich bin aber raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.